Wir freuen uns, wir haben einen ganz, ganz tollen Besuch bei uns im Radio-SRW-Muckefuck-Studio, bevor sie wieder losgeht, die Bundesliga-Handball-Saison und zwar vom SC Magdeburg, den Trainer Bennett Wiegert und wir freuen uns, jemand, der wieder nach Hause gekommen ist, kann man sagen, Philipp Weber, herzlich willkommen bei euch zwei beiden. Guten Morgen. Morgen. Fragen wir dich erstmal, Bennett, du als Trainer, jetzt steht der Philipp Weber neben dir. Wie lange hat es gedauert, bis du ihn überzeugen konntest, dass er gesagt hat, ja, ich ziehe mir das Trikot vom SC Magdeburg wieder an? Zu lange. Es hat zu lange gedauert. Er hätte das schon ein, zwei Saisons eher haben können. Ja, besser spät als nie. Jetzt ist er wieder da. Ich glaube, es tut uns allen ganz gut und wenn so ein Verlorener so nach Hause kehrt, ist das auch eine ganz charmante Geschichte, glaube ich. Was hat dich am Ende denn doch überzeugt? Hast du einfach gesagt, okay, jetzt soll der Wiegert endlich mal aufhören zu nerven, ich unterschreibe ja schon, oder hast du gesagt, nee, das passt jetzt alles? Nee, also irgendwie hat immer ein kleines Puzzleteilchen gefehlt, wo ich sage, ja, genau das ist jetzt das Richtige für mich und in diesem Jahr hat es sich einfach am besten angefühlt. Und die sportliche Herausforderung, die ich halt hier sehe, die war für mich halt ausschlaggebend, wieso ich das gemacht habe und bin jetzt umso glücklicher, dass es dann zustande gekommen ist, wieder bei meiner Familie zu sein und bei dem Turnverein. Jetzt bist du ja der Neue, neben drei anderen, aber wie ist es bei den Neuen? Beim SC Magdeburg müssen die auch einen Einstand geben? Hast du schon Mad Eagle mitgebracht oder eine Kiste Bier? Nee, tatsächlich nicht, aber es gibt wohl immer so ein Ritual, aber da war ich leider noch im Urlaub zu dem Zeitpunkt, von daher wird das vielleicht nachgeholt noch. Ja, auf was hast du dich da eingestellt? Hast du schon Karaoke geübt oder? Ja, ich bin generell ein guter Entertainer, von daher hätte ich da keine Probleme mit irgendwas vorzuführen, aber ich lasse mich da überraschen. Ja, das Entertainment sehen wir dann auch wieder ab diesem Wochenende gleich als erstes mit dem Heimspiel. Bennett, ihr habt jetzt in den letzten drei Jahren immer den dritten Platz gemacht. Ist es dir nicht langsam selbst auch zu langweilig? Willst du dich mal ein bisschen rauf oder vielleicht mal einen anderen Platz einholen? Ich glaube, ganz Magdeburg möchte das. Der Anspruch in Magdeburg ist ja immer kein geringer. Ich versuche da trotzdem etwas realistischer zu bleiben und sage halt, die dritten Plätze der letzten drei Saisons, die waren halt schon teilweise auch über unserer Performance. Also wir haben da überperformt und haben das gut gemacht. Und die Lücke zu 2 und 1, die ist ja nicht besonders klein gewesen, wenn ich jetzt sagen würde, okay, da füllen zwei, drei Punkte, das sind zwei Spiele eventuell, um mal den nächsten Schritt zu gehen. Da war schon eine klaffende Lücke. Wenn wir es schaffen würden, diese Lücke etwas zu schließen und Schritt für Schritt, ich bin Fan von kontinuierlicher Arbeit und nicht zu überstürzen, zu den beiden großen Flensburg-Kiel zu schließen, dann wäre das sicherlich so der nächste Schritt in unserer Entwicklung. Und wir haben mit dem jungen Kader da auch noch ein bisschen Zeit, um unsere vielleicht großen Magdeburger Ziele zu erreichen. Nur das Problem, was ich sehe, dass vier, fünf andere Mannschaften, die jetzt auch hinter uns waren, auch gerne die Lücke schließen würden. Die Bundesliga ist ein hartes Geschäft, die Leistungsdichte wird immer enger. Da muss die ganze Saison viel passen, um seine Ziele zu erreichen. Vor allen Dingen muss der Kader gesund bleiben. Und darauf sind wir natürlich aus, den Kader, den wir jetzt haben, gesund zu halten, weil das für mich die Wahrscheinlichkeit steigert, erfolgreich sein zu können. Als du deine Bitspieler kennengelernt hast, Philipp, als du wieder zum SC Magdeburg gekommen bist, was hast du da gespürt, was hast du da gefühlt? Ja, auf jeden Fall eine intakte Mannschaft, eine Mannschaft, die sich blind versteht. Und ja, mein Glück war es oder ist es, dass ich ja schon einige kenne, auch auch in meiner Zeit von damals, ob es Matze Musche ist, ob es Tim Hornke ist, wo man dann schnell einen guten Draht hat, Moritz Preuß auch aus der Nationalmannschaft. Und da wurde es mir nicht schwer gemacht. Und wenn man das Gefühl als Außenstehender bekommt, hier stimmt alles, dann ist es natürlich viel, viel einfacher, da irgendwie Fuß zu fassen. Hat sich trotzdem irgendwas verändert? Ist die Kabine jetzt auf einem anderen Gang oder habt ihr andere Dinge? Hast du einen anderen Platz in der Garderobe oder wie sieht es aus? Ja, es hat sich schon vieles verändert natürlich. Die Gesichter in der Geschäftsstelle haben sich verändert, aber auch in der Arena, die Kabine ist jetzt viel, viel schöner. Echt schön designt und da kann man sich echt wohlfühlen. Neuen Platz habe ich auch. Ja, es passt momentan alles. Ihr seht relativ entspannt aus. Ich glaube, die Vorfreude ist da, dass es endlich wieder losgeht. Worauf freust du dich denn in dieser Saison ganz besonders, Bennet? Auf Zuschauer. Ich hoffe, dass wir wieder annähernd eine volle Auslastung bekommen, weil das war schon der größte Unterschied in der letzten Saison, dass wir ja größtenteils vor wenig oder gar keinen Zuschauern gespielt haben. Und da hat man schon gemerkt, was das mit uns macht. Also, dass wir schon eine Sportart sind, die Zuschauer braucht, um die volle Emotionalität, um den vollen Funken überspringen zu lassen. Und da hoffe ich jetzt natürlich, dass wir mit Hygienekonzepten dahin kommen, wieder vermehrt Zuschauer zuzulassen und die tolle Atmosphäre in der GTK Arena spüren zu dürfen. Weil wir gerade beim Thema Zuschauer sind, ihr habt ja, also es ist ja nicht nur wichtig für euch als Atmosphäre, sondern natürlich auch als Verein finanziell gesehen. Deswegen habt ihr diese Spendenaktion ins Leben gerufen im Frühjahr. Magdeburg braucht Handball, wo sich Fans per Fotospruch oder was auch immer auf so einer Fotowand verewigen konnten, dafür so einen kleinen Obolus bezahlt haben. Frage Nummer eins, wie lange bleiben die Wände stehen? Weißt du das? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube aber, sie ist geplant jetzt. Ich hoffe, ich übernehme mich ja nicht, weil es nicht unbedingt in meine Kompetenz geht. Aber glaube ich, dass sie lange stehen bleiben. Also jetzt nicht bloß eine Saison nach einer Pandemie, sondern länger, dass man halt sieht, hey, das ist eine Helferwand. Das sind die Gesichter, die uns damals in einer schwierigen Zeit, die hoffentlich nicht so schnell wiederkommen mit einer Pandemie, geholfen haben. Ich glaube, dass sie relativ geplant sind, relativ langfristig dort zu bleiben. Frage Nummer zwei, hat euch das auch wirklich geholfen? Also wir wollen ja natürlich auch wissen, ob wir alles richtig gemacht haben. Jede Kleinigkeit hat uns geholfen. Jede Kleinigkeit. Selbst der Fan, der vor der Halle stand und mir einen Blechkuchen in die Hand gedrückt hat und sagt, ich komme nicht mehr rein, aber ich möchte der Mannschaft was Gutes zu einer Kabine. Das hilft, das kriegen wir mit. Also wir kriegen das schon mit, dass Leute das auch vermissen, dass sie die Besuche in der Getik Arena vermisst haben, die Handbeispiele, dort ihre sozialen Kontakte getroffen haben, in der Getik Arena, dort ihre Bratwurst, ihre Bockwurst gegessen haben. Ja, und das wünschen wir uns alle wieder. Ich wünsche mir das auch mit den Leuten. Ich wünsche mir da auch dann die eine oder andere kritische Stimme, wenn wir wieder nach dem Spiel zu hören, was hast du denn da gemacht? Weil das gehört genauso dazu. Der Bennett, der Trainer hat gerade ihm angestimmt, Philipp, dass die Zuschauer, dass er sich wieder Zuschauer wünscht. Wie wichtig ist denn für dich als Spieler, wenn du auf der Platte bist, eben dass Leute da sind, die einen nach vorne peitschen? Ist es wirklich so, dass die dazu beitragen können, dass man wirklich den entscheidenden Wurf macht, den entscheidenden Punkt holt? Ja, 100 Prozent. Also für mich persönlich sind Zuschauer immens wichtig. Ich habe es leider auch letzte Saison erfahren müssen, wie meine Leistung ab und zu darunter auch leidet, weil die Zuschauer doch dann in vielen Situationen immer nochmal 5 bis 10 Prozent Kraft geben oder dann eigentlich schon tot bist, aber am Ende dann doch irgendwie Gänsehaut bekommst und dann nochmal alles raushaust. Darum ist das für mich elementar wichtig. Und das gehört auch einfach zu unserer Sportart dazu, dass wir als Einheit auf dem Team die Fans in der Halle mitziehen, dass wir da eine große Einheit bilden und dann auch unfassbar schwer zu schlagen sind zu Hause. Ja, auch in diesem Jahr stehen ja neben der Bundesliga noch einige Turniere an. In der zweiten Runde des DHB-Pokals werdet ihr gegen TUS Nettelstedt-Lübbeke spielen. Und im Oktober kommt dann auch die Klub-WM, der Super Globe in Saudi-Arabien, auf euch zu. Wie steht ihr dazu, Benedikt? Also wir freuen uns darauf, weil das natürlich nochmal ein Riesenlob ist für das, was wir in letzter Saison geleistet haben. Wir haben uns nur darüber zu qualifiziert, über den Sieg der European League. Und dann da dabei zu sein und gegen Mannschaften wie Aalborg, Barcelona, Katar spielen zu dürfen, das ist ein Kompliment für die Jungs. Das ist was Besonderes. Und da freuen wir uns auch drauf. Das ist ja wirklich in vier Wettbewerben aktiv sein zu dürfen. Aber wie ist denn das für dich als Trainer, auch das Team richtig darauf einzustellen, auch diese Ruhepausen jetzt den Spielern zu gönnen? Das ist schwierig. Also da mache ich jetzt kein Heht raus. Auch mit dem Olympia-Zyklus, der ein Jahr zu spät kommt durch Corona. Das ist immer ein schwieriger Zyklus von der Belastungssteuerung. Deswegen ist es ja gewollt, dass wir mit 17 Spielern an den Start gehen. Wir sind sonst immer mit 15 plus Ergänzungsspieler Youngsters in den Start gegangen. Wir haben jetzt 17 vollwertige Bundesligaspieler im Kader, um die Belastung steuern zu können. Weil die Spielbelastung wird natürlich nicht weniger. Wir haben den DHB-Pokal wieder dabei. Wir haben den Superglobe dabei. Wir sind wieder europäisch. Klar, die Bundesliga hat sich im Vergleich zum letzten Jahr verkleinert. Da fehlen vier Spiele. Aber das macht jetzt keinen Unterschied. Also die Belastung für die Jungs, die bleibt immens. Und unsere Aufgabe ist es dann so zu periodisieren, dass die Belastung sie nicht zerstört. Der Trainer hat es angesprochen. Die Vorbereitung war ein bisschen kürzer durch Olympia. Du bist bei den Olympischen Spielen in Tokio gewesen. Philipp, bevor wir auf das Sportliche eingehen, wie war es für dich? Wir haben gehört, dass die Wände im Mannschaftsquartier und vor allem im Olympischen Dorf der Zimmer relativ dünn waren. Kannst du das bestätigen? Ja, das kann man bestätigen. Also wenn mein Zimmernachbar Hendrik Pekeler mit seiner Familie gefälscht zent hat, dann habe ich jedes Wort verstanden. Also das stimmt wirklich. Aber nichtsdestotrotz war es voll okay. Also ich bin bewusst mit ganz, ganz schlechten Gefühlen hingefahren und Erwartungen hingefahren, um wirklich dann im Endeffekt positiv überrascht zu werden. Und das war definitiv der Fall. Es war ein geiles Olympisches Dorf. Also man hat auf jeden Fall auch dieses Feeling gemerkt, dass das vorhanden, auch wenn wir da an uns einige Regeln halten mussten. Aber es war trotzdem schön. Das deutsche Haus hat sich da extrem viel Mühe gegeben und es war eine coole Erfahrung auf jeden Fall. Da mischen sich ja auch immer die Sportarten. Also welche Sportler hast du zum Beispiel dort alle getroffen? Da gab es einige. Also in der Mensa ganz viele große Stars. Da könnte ich jetzt eine halbe Stunde erzählen, wen wir da getroffen haben. Aber einer der schönsten Momente war tatsächlich, als Dimi Okcharov von seinem Spiel nach Hause kam, mit der Medaille in der Hand und vorm Fahrstuhl stand. Und wir dann da durch Zufall vorbeigekommen sind und wir uns da umarmten, das haben wir schon seit zehn Jahren kennen und man sich da einfach so gegenseitig so extrem freut. Und das war was ganz Besonderes, auch wenn man die Medaillengewinner immer empfangen hat am deutschen Haus. Das hat immer nochmal Kraft gegeben, hat dann so einen kleinen Gänsehautmoment gegeben. Und das war schon eine sehr, sehr schöne Einheit dort im deutschen Lager. Mit der Medaille hat es nicht ganz geklappt, aber trotzdem hat uns viel Spaß gemacht, als Fernsehzuschauer euch dort auch zu unterstützen. Die Ziele jetzt für dich ganz persönlich beim SC Magdeburg, wie sehen die aus? Tite gewinnen. Tite, Tite. Also das ist das, wieso ich hergekommen bin. Das möchte ich gerne mit der Truppe erreichen, möglichst alles gewinnen, was es zu gewinnen gibt. Und wir wollen natürlich den nächsten Sepp gehen als Team, als Verein. Und wenn da der eine oder andere Titel noch dazukommt, dann wäre ich sehr froh, dass ich da mithelfen könnte. Auf welche Art und Weise treibst du Philipp Weber und die anderen Jungs dahin, dass sie die Ziele erreichen, Bennet? Ich muss da gar nicht so viel treiben, weil das, was jetzt Flippi gerade formuliert, das ist ja nicht besprochen oder geplant. Genau aus diesen Charaktereigenschaften ist ja bei uns, weil wir davon 17 Spieler haben wollen, die alles gewinnen wollen. Ich bin natürlich dafür da, das auch dann zu sagen, okay, wir müssen sehen, wie wir dazu kommen. Und da muss viel passen, Tite zu gewinnen. Da gehört ein großes Zusammenspiel, das kann ich aus sechs Jahren sagen. Da hören mehr Niederlagen dazu, als mehr Erfolge dazu. Aber genau das will ich Ihnen nicht nehmen, dass Sie diese Einstellung haben. Es geht nicht darum, was wir zum Schluss gewinnen. Wir wollen alles gewinnen. Wir gehen in jedes Spiel, auch wenn das Rasenheimer ist, um zu gewinnen. Nachdem ihr die European League gewonnen habt, seid ihr wieder zurückgefahren in der Nacht, haben natürlich bestimmt einen Bus gefeiert. Seid ihr morgens um 7 Uhr an der Getegger Arena angekommen. Und das Schöne ist, du bist nach Hause gefahren, bist erst mal mit den Hunden rausgegangen, du hast also wenig Schlaf bekommen. Würdest du eher auf einen Titel verzichten, damit du ein bisschen mehr schlafen kannst? Oder hast du ein Agreement mit deiner Frau, dass die mit den Hunden rausgeht nach dem nächsten Titelgewinn? Also in keinem Moment würde ich darauf verzichten. Ich habe sogar die klare Ansage gemacht. Wenn ich auf die Idee komme zu schlafen, dann habt ihr in dem Bus was verkehrt gemacht. Aber da wir wirklich Feierbiester in der Mannschaft haben, war mir klar, nachdem ich Matze Muschisch beim Einsteigen gesehen habe, war mir klar, okay, also die Ansage hättest du nicht machen können, deshalb hättest du dir auch sparen können. Und dann auf dem Rastblatt haben sich die Haare rasiert, da wusste ich, okay, jetzt geht es in die richtige Richtung. Ich weiß gar nicht, ob man sowas auspicken kann. Meisterschaft, DHB-Pokal, den Titel verteidigen oder vielleicht sogar die Klub-WM gewinnen. Gibt es irgendetwas, wo du auch persönlich sagst, wow, das Ding nochmal bei uns in der Vitrine, das wäre großartig. Die Frage, die kommt immer wieder zum Schluss. Soll ich sie zurückziehen? Nein, geht es um was zu gewinnen. Ich verstehe das ja auch schon in der Sicht, aber da geht es nicht darum, welchen. Es geht um was zu gewinnen, weil das so immens schwer ist. Wenn wir jetzt nach Berlin gehen würden, wenn wir zu den Rhein-Neckar-Löwen gehen, jeder wird darüber sprechen, wir wollen was gewinnen. Aber es gibt nur europäisch zwei Titel, das ist Champions League und European League. Es gibt nur national zwei Titel, das ist Meisterschaft und DHB-Pokal. Und dieser Superglub ist nur für uns da, also es ist nur ein Bonus für uns als deutsche Mannschaft. Es ist extrem schwer, da muss so viel über eine ganze Saison zusammenpassen. Aber das Ziel soll es trotzdem sein, ich möchte da keinen bremsen. Und ich weiß aber, was wirklich, ich weiß, was da an Pose-Teilen zusammenkommen muss, dass es dann für den ganz großen Triumph reicht. Gibt es für dich, Philipp, eigentlich, damit eben solche Ziele mit der Mannschaft erreicht werden, für dich persönlich auch irgendwelche Rituale, irgendwie Disziplinen, die du einhalten musst, die du wirklich seitdem du Profi-Handballer bist, immer einhältst? Ja klar, Disziplin ist, glaube ich, einer der wichtigsten Faktoren, damit wir überhaupt gesund bleiben. Ich glaube, wenn ich jeden Abend bis vier und nachts irgendwo rumhängen würde und das eine oder andere Kühlgetränk trinken würde, dann, glaube ich, könnte ich nicht so performen jeden Tag. Und ja, aber da mache ich mir keine Sorge bei keinem in der Mannschaft, dass da irgendwie über die Stränge geschlagen wird. Da sind alle Profis genug und ja, da ist alles gut so weit. Ich habe letztens gesehen, ihr seid nach Dänemark gefahren, habt da Spiele gehabt, da hat jeder Spieler sein eigenes Kissen mitgenommen. Warum? Ist das auch irgendwie so etwas, was ganz, ganz wichtig ist? Hast du auch ein eigenes Kissen jetzt beim SC Magdeburg bekommen? Erklär mich mal auf, warum ist das so wichtig? Ich glaube, du meinst diese Liegematratzen, die man im Bus hinlegen kann, wo man dann gut schlafen kann. Da sind einige da im Team, ja, aber ich habe auch meine eigene, die werde ich dann auch mitbringen, wenn wir die längeren Fahrten haben. Und ja, das ist wichtig, um einfach direkt nach dem Spiel auch gut zu regenerieren, auch möglichst gut zu schlafen. Dann ist es schon gut geholfen, wenn wir das hinbekommen. Haben wir über Zuschauer gesprochen, die wieder in die Halle gehen dürfen? Haben deine Eltern auch eine Dauerkarte oder deine Geschwister? Also mein Vater ist bei jedem Spiel 100 Prozent dabei. Der hat sich jetzt extra ein Wohnmobil gekauft, damit er auch Auswärtsspiele mitmachen kann. Wow. Der ist echt sehr, sehr verrückt und will jedes Spiel erleben. Bei meiner Mama ist es ein bisschen einfacher. Die schaut nie Spiele von mir live, sondern immer von zu Hause, vom Fernseher. Und hat mich das letzte Mal, glaube ich, in der Hermann-Gieser-Halle mit 17 Jahren spielen sehen. Von daher ist es relativ easy für mich, alle gut zu versorgen. Aber deine Mutter hat schon mitbekommen, dass du zwischendurch immer Torschützenkönig warst, mit der Nationalmannschaft unterwegs, oder? Klar, natürlich. Meine Mama ist größte Fan, aber auch größte Kritiker. Also wenn ich mal ein scheiß Spiel gemacht habe, weiß ich genau, das ist der erste Anruf, den ich auf dem Telefon habe. Aber ja, damit kann ich gut leben und das ist alles okay, so wie es ist. Wir sind auf jeden Fall Fans. Nadine, ich, Abel, alle, wir von Radio SRW wünschen euch eine wirklich wunderbare Saison. Und vor allem, dass ihr sie auch genießen könnt, dass ihr das Spiel genießen könnt mit Zuschauern. Dass der Handball, dass die Bundesliga-Saison wieder so zurückkehrt, wie ihr euch das vorgestellt habt und wie es einfach passt. Damit ihr am Ende sagen könnt, wow, das war geil, wir haben alles gegeben. Und das ist doch mal am Ende rausgekommen. Alles Gute euch. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank.